Und ein Moinzen zum dritten und damit auch letzten Teil von diesem Dreiteiler vom Dreierpack, wie auch immer. Erster Teil waren DFL, Fan-Proteste, Investoren, die Stars. Zweiter Teil, der große Mischmasch, knackig, zack, zack aneinander, die VfB-News. Und jetzt der letzte Teil, wie auch zu erwarten, natürlich Darmstadt gegen VfB. Bisschen Rückblick noch von vor quasi einer Woche und natürlich der Ausblick auf das Spiel gegen den 1. FC Köln morgen. Wir fangen an mit Darmstadt gegen den VfB. Und ich hoffe natürlich, dass ihr die letzten beiden Parts auch schon gesehen habt. Wenn ihr das nicht getan habt, dann gerne noch tun. Auch hier, wie immer, ganz klar wieder der Hinweis darauf, dass ich natürlich auch schon was hochgeladen habe zum Spiel. Ihr wart im Optimalfall natürlich auch schon dabei im Stream am Samstag, als wir darauf reagiert haben auf das Spiel in Darmstadt. Den 2-1-Auswärtssieg, den hart erkämpften Arbeitssieg. Und dann natürlich die Reaktion aufs Spiel, aber natürlich auch da wie immer schon das Spielfazit. Natürlich direkt nach Abpfiff, natürlich ohne die Daten und so weiter wie jetzt. Aber auch da eben schon ein doch, finde ich, immer recht ruhiges, sage ich mal, runtergekommenes, wie auch immer man es formulieren will. Spielfazit auch da schon drin. Also deswegen hier werde ich mich wie immer einen Tacken kürzer fassen, als dann eben direkt nach dem Spiel oder jetzt eben auch im Hinblick auf das nächste Spiel. Was es natürlich auch gab, rund ums Spiel, war die Choreo zu 100 Jahre Robert Schlins, die er geworden wäre, ist ja schon verstorben. Aber auch hier, wir werden nie wieder, nie mehr einen Robert Schlins erleben, aber wir können alle von ihm lernen. Kann ich auch einfach nur, ja, von dem, was ich lesen kann, von dem, wie es auf mich wirkt, wie er gewirkt hat, ne, von den Berichten her. Auch den ganzen Berichten eben anlässlich des 100. Geburtstages und so weiter. Der Choreo und hier, kann ich auch einfach nur bestätigen, absolute Vereinslegende. Logischerweise war ich nicht auf der Welt, habe ihn spielen sehen und so weiter und so fort. Aber von allem, was man mitbekommt drumherum, ist natürlich einfach schon eine riesengroße Persönlichkeit vom VfB Stuttgart gewesen. Auch immer noch im Nachwirken, sage ich mal. Der 2-1-Auswärtssieg mit Stenzelgelbrot, ja, Ende erster Halbzeit, also eine Halbzeit lang, ein bisschen mehr als das. In Unterzahl gegen Darmstadt, Gerasi trifft früh, dann, ja, kurz vor Schluss das 2-0 der Hut, wo man dachte, es ist schon durch, dann auch ein schönes Tor von Darmstadt. Aber am Ende kriegst du das nicht über die Runden und das, so muss man es ja auch formulieren, kriegst du es über die Runden, weil es war wahrscheinlich mit, was heißt mit, gab nicht viele andere. Aber der, der unverdienteste Sieg der Saison bisher von uns, vermutlich schon. Also da hat sich Darmstadt auch von Spielanteilen her, auch von Statistiken her und so weiter und so fort, durchaus einen Punkt erkämpfen können und damit auch verdient. Aber wir haben das Ding über die Runden gebracht und auch da, ne, im Stile einer Spitzenmannschaft. Ein Arbeitssieg im Stile einer Spitzenmannschaft, der auch gezeigt hat, was der VfB auch noch für eine andere Facette hat, nämlich zu kämpfen. Einer für den anderen gefightet, ist die Überschrift von den Stimmen zum Spiel beim VfB, das stimmt auch genau so. Fighting Spirit und so weiter und so fort. Ähm, und das ist dann einfach ein geiles Zeichen und das tut dann einfach auch extrem gut, dass du solche Spiele auch gewinnst. Die hättest du in den letzten Jahren in keiner Welt gewonnen. Solche Spiele mit so einem Spielverlauf hättest du in keiner Welt gewonnen. Auch das natürlich ein Zeichen von, dass du auch in einer guten Phase bist, ne, dass wir auch teilweise hier und da vielleicht mal Spielglück oder Spielverläufe auf deiner Seite hast. Aber auch da einfach so gesehen gesagt, das ist, wir sind einfach in einem unfassbar guten Lauf drin. Und dann laufen so Sachen eben auch für einen, da habe ich auch schon während dem Spiel gesagt, auch schon beim 2-0 von uns gesagt, mit einem Jubel sogar kam es mir direkt. Weil wir waren ja oft genug genau in der Rolle, die Darmstadt hatte. Also, du bist eigentlich dran, ne, spielst du in den Top-Club, du weißt genau, hier wäre cool, Punkte zu holen für den Abschießkampf, aber eingeplant sind sie ja nicht. Hier musst du woanders holen und so weiter und so fort. Dann läuft halt irgendwas gegen dich, dann kriegst du halt noch den Ausgleich in der 90. Dann kriegst du noch das Gegentor in der 90. Dann heißt es wieder von beispielsweise den Bayern oder irgendwem auch immer, ja, knapp, aber so gewinnen eben Top-Teams am Ende unserer Geschichte und am Ende schaut man nur auf das Ergebnis und so weiter. Dass wir sogar schon solche Siege jetzt einfahren, ist auch ein brutal gutes Zeichen in der Entwicklung der Mannschaft, in der Entwicklung, die die Saison nimmt, die die Ergebnisse nimmt, die die Tabelle nimmt und so weiter und so fort. Und auch da ist es genauso richtig, da kannst du dich immer drüber aufregen, dann, wenn man das so sagt, als die Mannschaft, die verloren hat, drüber aufregen natürlich. Aber es ist ja am Ende des Tages so, am Ende der Saison wird kein Mensch mehr fragen, wie du die drei Punkte in Darmstadt geholt hast. Dafür war auch das Spiel nicht spektakulär genug, ne, um sich daran groß zu erinnern. Da weißt du nur, gut, in Darmstadt war damals letzter, mal gucken, wie es am Ende der Saison aussieht, Darmstadt schon sehr, sehr abschließgefährdet, ne, aber muss man auch abwarten. Da fragt keiner nach, sagst du, ja gut, war ein Gefährdet da unten, war mal Favorit, haben wir gewonnen irgendwie, ne. Da erinnert sich kein Mensch mehr nach der Saison dran an das Spiel in Darmstadt, so vom Verlauf her, von der Leistung her, sondern einfach nur an die drei Punkte, die da geholt wurden. Ähm, auch er hat gesagt, Hoeneß, wir sind heute ein stolzer Sieger und haben einen unglaublichen Kampfgeist gezeigt. Ähm, und auch das war natürlich auch was, was wir auch schon im Stream gesehen haben oder in der Übertragung gesehen haben, aber auch da natürlich Weltklasse. Das müsste, glaube ich, rund ums 2-0 gewesen sein, dann wahrscheinlich recht kurz danach, als sie aus der Auswärtsblock abgegangen ist mit, nach aller Scheiße geht es auf die Reise und da hocken da ein, ein Leveling, ein Undaf, ein Gerasi auf der Bank, singen das mit, ähm, quasi, ja, hüpfen oder tanzen das mehr oder minder im Sitzen auch mit. Da merkst du auch wieder der Spirit im Team und so weiter und so fort, es passt einfach, wirklich, es passt komplett in der Mannschaft. Auch da ist ein Weltklasse-Zeichen, hier noch ein Video aus dem Auswärtsblock, recht weit oben, ähm, äh, vom Spiel in Darmstadt, auch da sieht man irgendwann dann unten links Hoeneß ins Bild kommt, das ist immer ein ruhiger, ne, schiebt aber auch die Mannschaft vor, ne, auch wenn sie dann gefeiert werden in Heimspielen, steht er hinten am Mittelkreis, ne, chillt da, klatscht da, guckt sich an, freut sich, aber schiebt die Mannschaft vor, ne. Und da sie dann auch nur kurz rankommen, am Rand kommt er runter, zack, Faust rein, geil, der hat sich gemerkt, wie der sich gefreut hat über diesen Sieg. Auch diese, ja, was da abgefallen ist, eben so ein Spiel auch mal zu gewinnen dann, ähm, von der Wichtigkeit her, von der Bedeutung her einfach, ähm, das einfach über den Spielverlauf und über die Leistung, äh, hinausgeht und einfach dieses Ding von, wie gewinnt auch solche Spiele ist, ne. Da kommt er kurz rein, Faust unten am Spielfeldrand, das ist schon absolut geil, tritt dann, glaube ich, auch wieder Abwehr richtig im Kopf ab, das ist schon absolut, absolut geil, ähm, Dahoud auch erst mal getroffen, auch da ist sehr, sehr geil, mein erster VfB-Treffer, mein Erfolgserlebnis für mich, ein richtig schönes Gefühl, auch deshalb, weil sich die Jungs so sehr für mich gefreut haben, ich fühle mich richtig wohl hier, das ist auch sehr geil, dazu, dazu ja auch tatsächlich bei seinem ersten Schuss aufs Tor, ne, was hat er jetzt gemacht, glaube ich, vier Spiele, vier Kurzeinsätze, ne, sein erster Torschuss war direkt drin, klar, war auch kein schwieriger, ne, aber hat er reingemacht, war wichtig, ähm, und dann natürlich auch das Bild, dass, da werden auch so viele geile Memes und so Geschichten natürlich daraus entstehen, ähm, ist das Gerasi-Bild mit der Brille und dem Porsche-Dress, ne, so richtig cool gekleidet, ne, so edel, ähm, als richtig badass-mäßig halt, ne, so richtig geil, ähm, und da natürlich auch dann drüber, der Goat ist zurück, weil der kommt rein, Startelf, Comeback, danach Affair Cup, trifft direkt, äh, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, steht jetzt bei 18 Hütten, ich hab, wie gesagt, vor der Saison irgendwann mal reingebrüllt, im ersten Spieltag gegen Bochum, mit einem Kollegen zusammen, stand, reingebrüllt, eins von 25, als sein erster Treffer gefallen ist von, von Gerasi, weiß gar nicht, ob ich's auf Band habe, ich hoffe fast, aber ich, auf jeden Fall, ne, so ist es, und jetzt steht er schon bei 18 von 25, das war auch immer so ein bisschen halb diese Marschrute, natürlich, am Anfang der Saison natürlich nur aus Witz gesagt, ne, du wusstest ja, letzte Saison war auch schon stark, irgendwie 11 Hütten in 20, 22 Spielen auch schon starke Quote, ähm, weil eben Gommes letzte letzte war, der so stark war wie Gerasi, oder eben noch ein bisschen stärker war als Gerasi, auf die gesamte Saison gesehen, und der hatte eben 24 Tore, wenn ich's richtig im Kopf habe, deswegen war immer so ein bisschen das Ziel, ey, komm, lass doch mal Gerasi wirklich eine Saison hinstellen, die, die beste ist seit langem beim VfB in Sachen Stürmer, und dann, äh, ist natürlich absolut geil, äh, wenn das vielleicht wirklich soweit kommt, ne, 18 von 25, nach der Anzahl an Spieltagen, dazu hat er ja auch nicht mal so viele gespielt, ne, da hat er viel weniger gespielt noch als das, was wir, als das, als der VfB auf der Uhr hatte, Gerasi weniger Spiele auf der Uhr so rum, ähm, also absolut wahnsinnig, ähm, auch hier nochmal, ne, statistisch und sowas angeschaut, 9 zu 4 Schüsse aufs Tor von Darmstadt und sowas, natürlich immer die Frage, wo du guckst, und auch wann du guckst, da kommen wir gleich nochmal da drauf zu, wenn ich auf die Daten komme, die ich hier wieder für den Podcast rausgearbeitet hatte, für den einen Spieler, weil direkt nach dem Spiel war es ja recht eindeutig, ne, da waren es fast ein Expected Goals, Expected Goals, ein Expected Goal mehr für Darmstadt, ne, irgendwie 3 zu 2 quasi, nach den Expected Goals, jetzt ein bisschen abgewartet, ein paar Tage gewartet, ne, die hat die Daten so ein bisschen auslesen lassen, sag ich mal, offizielle Bundesliga-Werte sehen nachher anders aus, ne, kommt ja gleich noch, und auch das, auch da muss man auch nicht weiter sticheln, ich habe auch gesehen, dass manche bei Darmstadt ein bisschen arg reingestichelt haben, online auf Twitter und so weiter, finde ich, muss nicht sein, aber, ne, muss jeder für sich selber wissen, aber das fand ich ein bisschen unnötig, in manchen Teilen, aber auch hier natürlich schön, da finde ich es dann wieder in Ordnung, weil, wie viele haben gesagt, nach Gladbach, nach Bochum, boah, jetzt kommt der Downfall, ne, aus dem Gladbach-Lager, aus dem Bochum-Lager, auch aus den Lagern, die eben so um uns herum sind, Dortmund und so Geschichten, boah, jetzt kommt der Downfall, jetzt werden sie endlich quasi einsortiert und so Geschichten, wie halt damals, als nach Heidenheim, Hoffenheim genau das Gleiche hieß, und jetzt mittlerweile stehen wir in der Rückrundentabelle, besser da als alle Mannschaften, die uns genau das vollgelabert haben, besser als Dortmund, besser als Bochum, besser als Gladbach, stehen wir da in der Rückrundentabelle, das ist absolut geil, und da ist dann Stichelei, finde ich auch völlig in Ordnung, was Anton auch kurz angesprochen hat, was ich auch kurz noch mit ansprechen kann, ist das Thema, wie man herauskommt aus Unterbrechungen, wie im ersten Video angesprochen, wird es ja hoffentlich wohl keine mehr geben, weil das Ding ja erstmal vorbei ist, also ich denke nicht, dass wir am Wochenende nochmal eine Unterbrechung haben, aber er hat auch gesagt, es war jetzt das zweite Mal hintereinander, dass wir nicht gut rausgekommen sind, vielleicht müssen wir was anderes machen, dass wir da wieder zu 100% da sind, nicht erst langsam hochfahren, das müssen wir auf jeden Fall ändern, das wird nicht nochmal vorkommen in den nächsten Spielen, wie gesagt, ich hoffe, dass es eh nicht vorkommt, weil das Thema ist eigentlich erlebt, du brauchst eigentlich keine Tennisbälle mehr zu schmeißen oder ein Spiel zu unterbrechen auf irgendeine Form, aber auch da, auch dass manche immer gesagt haben, ja, guck mal, die Spiele unterbrechen wir dann im VfB, voll wehgetan, voll der Scheiß, wie können die Ultras nur, haben unser Spiel kaputt gemacht, und so Geschichten, einerseits ja, natürlich sind sie der Grund gewesen, dass das Spiel angehalten wird, und ja, kann man so sehen, wenn der VfB danach schlechter rauskam, aber es ist mir und wird mir auch immer zu billig sein, und es ist genau dieselbe Schiene von, wenn eine der beiden Mannschaften, die dann verloren hat, oder die dann irgendwie schlecht damit umgegangen ist, rausgeht und sagt, yo, der Rasen war kacke, ja, schön, war er halt kacke für dich, die andere Mannschaft hat es ja offensichtlich hinbekommen, besser hinbekommen, auch hier wieder, beide Ferienlager, Darmstadt und der VfB haben das Spiel zusammen, oder halt, beide war es geschmissen, das Spiel jeweils unterbrochen, beide Mannschaften, hatten damit kurz Stillstand, mussten wieder reinfinden, beide Mannschaften haben wieder gespielt, Darmstadt war besser, und der VfB war danach schlechter, und das ist dann kein Grund, aufgrund von irgendwelchen, keine Ahnung, Protesten oder sowas, vom Grund auf her, weil Darmstadt hat es ja besser gemacht, nach der Unterbrechung, heißt, es war möglich, wie beim Thema mit dem Rasen, wenn irgendwer mir erzählt wird, der Rasen war kacke, ja, schön, aber du hast nicht nur alleine auf dem Rasen gespielt, die andere Mannschaft hat auf dem selben Rasen gespielt, die andere Mannschaft hat auch mit derselben Unterbrechung leben müssen, und mit derselben Unterbrechung gespielt, wenn du dann von den beiden Mannschaften schlechter aus der Unterbrechung rauskommst, ist das Problem eher bei dir zu suchen, sag ich mal so, und sonst gibt es glaube ich zu Darmstadt, da soll ich gar nicht mehr so viel zu sagen, aus meinen Notizen, sag ich mal, wie gesagt, Arbeitssieg, natürlich auch tabellarisch sehr, sehr geil, nachdem Dortmund wieder mal nicht zu Porte kam, 1-1 in Wolfsburg, und jetzt dann noch natürlich wie immer zum Abschluss, auch hier wie immer der ganz klare, die ganz klare Promo hier zu meinen Kollegen vom Porte Cannstatt, auch der ist schon online seit Donnerstag 16 Uhr, also im besten Fall hört ihr hier ein paar Daten doppelt, weil ihr den eh schon gehört habt, aber hier ein paar Einspieler, auch da wie immer nicht alle Daten, die ich da mit reingebracht habe, sondern eben ein paar rausgelassen, die es dann nur im Porte Cannstatt gibt, auch einfach fairerweise so, deswegen kommen wir zu dem Part, schon gesagt, Gerasi traf zum 18. Mal Vereinsrekord beim VfB nach 22 Spieltagen, wie gesagt, er hat dafür nur 6, 16 Spiele gebraucht, es ist Vereinsrekord, nach den 22 Spieltagen, die es jetzt eben sind, aber er selber stand nur in 16 davon auf dem Platz, das ist Wahnsinn, 18 Hütten in 16 ist komplett gestört, zusammen mit Undaf und Führig, hat der vorhin schon mal angesprochen, mit bestes Sturmtrio, oder mit eines der besten Sturmtrios, zusammen mit Undaf und Führig, stellt der VfB gerade das geteilt, zweitbeste Torschützen-Trio in den europäischen Top-Ligen, geteilt mit Kane, Sané und Musiala, beide Trios haben jeweils 38 Tore, also Undaf, Führig, Gerasi 38, Kane, Sané, Musiala auch, nur Martinez, Thüram und Jalanulu von Inter Mailand, die haben noch eins mehr, die haben 39 zusammen erzielt, die drei, das ist das beste aktuell in europäischen Top-Ligen, danach kommen die Bayern und wir, das ist auch ein absolut wahnsinniges Level, und auch das ist so eine Spielerei, die ich immer ganz gerne habe, die auch hier wer anders dann natürlich auch gemacht hat dann, Craig Edwards war das, ein Datenwissenschaftler, hat auf Twitter oder auf X, wie auch immer, hat er die Bundesliga in irgendeiner Form 2500 Mal zu Ende simuliert, bis Saisonende simuliert, und das ist halt das Krasse, deswegen kann man da auch fast mit einer Form von Sicherheit sagen, jo, irgendwo europäisch spielen wir schon, auch wenn wir halt in dem Sinne noch nicht sagen, wir spielen Champions League, aber auch das ist das sicherste eigentlich, in 95% der Fälle, 95% dieser zweieinhalbtausend Simulationen, werden wir zweiter, dritter oder vierter, also Champions League, am häufigsten bleiben wir genau da, wo wir aktuell sind, auf Platz 3, das sind 67% dieser Simulationen, landen wir auf Platz 3, das ist schon, das ist schon krass, Anton hat auf Gerasi vorgelegt, das Ding, mit dem Kopfball, seine dritte Vorlage, damit seinen bisherigen Saisonrekord auch eingestellt, den er bisher hatte, historisch, auch das geil, nochmal eins drauflegen, zack, hat er einen Bestwert geliefert, auch geil, Bundesliga-Daten vorhin angesprochen, weil da, ich weiß nicht woran es lag, ein paar mehr Tage, die die Daten hatten, irgendwie dann voll ins Verarbeitet zu werden, ich habe keine Ahnung, aber da sind es auf einmal 2,17 Expected Goals für Darmstadt, und 2,31 für uns, also sogar pro für uns, weiß ich nicht woher genau, ich meine die Tore waren noch nicht so schwer, Gerasi aus so einer kurzen Distanz, Dahoud aus so einer kurzen Distanz aufs leere Tor, vielleicht ist da einfach der Wert sehr hoch gewesen, aber sonst natürlich, hätte ich es vielleicht eher fast pro Darmstadt gesehen, beziehungsweise noch ausgeglichen, aber die sind sogar pro VfB, das ist der vierthöchste Wert trotzdem von einem VfB Gegner, in den 22 Spielen, 9 zu 4 Torschüsse waren es, pro Darmstadt wie gesagt, auch das zweithöchster Wert eines VfB Gegners, Darmstadt, die vier beim VfB, also die vier Schüsse aufs Tor, sind der fünftniedrigste Wert, den ist immer so harmlos, fünfniedrigste, ist ja gar nicht so krass, krass klingt halt der niedrigste Wert, der zweitniedrigste, aber ey, das ist der fünftschlechteste Wert, in Sachen Torschüsse vom VfB in 22 Spielen, auf das bezogen finde ich schon nochmal aussagekräftig, klar, auch bei den Daten generell hat die Unterzahl eine Rolle gespielt, auch bei sowas wie jetzt Beibesitz zum Beispiel, Darmstadt 54% Beibesitz, wieder 46% zweithöchster Wert von einem VfB Gegner und dadurch logischerweise auch der zweitniedrigste Beibesitzwert vom VfB selbst, natürlich auch so ein Aushängeschild vom VfB, Gegner hat mal mehr, aber gut, das ist auch eine Unterzahl, ist ja auch irgendwo klar, auch dasselbe bei den Pässen auch, Darmstadt 485 Pässe gespielt, wir 359 und das waren die fünf meisten von dem VfB Gegner und bei uns, das ist ja auch ein Aushängeschild, die Pässe, die wenigsten, das waren die wenigsten Pässe mit Abstand, die wenigsten Pässe vom VfB in einer Partie in dieser Saison, auch Passquote, auch das Aushängeschild, 83% Darmstadt, 80% VfB, auch das ist mit Abstand die schlechteste vom VfB in dieser Saison und da kann man ja auch nicht sagen, rote Karte oder sowas, Pässe kannst du ja trotzdem spielen, ist eher was für, was bei Ballbesitz reinspielt, was bei insgesamt Pässen reinspielt, aber wie die Pässe dann gespielt werden, auch wenn sie weniger sind, immer noch ein eigenes Thema und auch da waren sie die schlechteste Passquote beim VfB in der bisherigen Saison. 127,7 Kilometer ist Darmstadt gelaufen, das ist auch schon ziemlich krass, mit Abstand die beste Laufleistung eines VfB-Gegners, klar, da muss man sagen, VfB hat natürlich eineinhalb so lange einen Spieler gefehlt, trotzdem 120,2 Kilometer gelaufen, das ist dann in der Hinsicht auch vollkommen in Ordnung, wir sind auch mehr gesprintet, tatsächlich sogar leicht mehr gesprintet, auch leicht mehr Zweikämpfe gewonnen, also das angenommen das Thema, Arbeitssieg, ist ja auch ganz klar auch schon angesprochen, Fouls gab es einige, Darmstadt hat 15 Mal gefoult, wir 14 Mal, beides der zeithöchste Wert, also zeithöchster VfB-Wert, zeithöchster Wert eines VfB-Gegners, aber am Ende muss man auch da sagen, auch aus den Statistiken raus, hätte sich der VfB nicht beschweren dürfen, wenn es da nur einen Punkt gegeben hätte in Darmstadt, sage ich auch ganz ehrlich, und auch hier, auch zu Darmstadt eine Statistik rausgesucht, seit der Drei-Punkte-Regel, seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel, hat kein Verein mit maximal zwölf Punkten, was ja Darmstadt hat, maximal zwölf, zum aktuellen Zeitpunkt noch die Klasse gehalten, ich glaube, es sind sogar alle als Tabellenletzter abgestiegen, also ist gerade wirklich auch kein gutes Omen für Darmstadt, und damit kommen wir zum Vorbericht, oder zur Ausschau, wie auch immer zu allem vorm Spiel eben, zum VfB gegen Köln, natürlich morgen 15.30 Uhr, Heimspiel Samstag 15.30 Uhr, da natürlich vor allem viel Personal, viel Pressekonferenz, ist ja auch ganz klar, auch hier nochmal gab es ein Interview mit Nikolas Nath, der wieder zurück ist, der hat auch eine sehr harte Verletzung, hat man generell auch in VfB-News einige harte Verletzungen mit drin gehabt, der ist wieder zurück nach der langen, langen Reha in seiner dänischen Heimat, und jetzt ist er beim VfB zurück, arbeitet am Comeback, aber wie gesagt, da ging es ja Stand vorletzten PK, hieß es da ja, dass das halt für nächste Saison irgendwann geplant ist, vorbeide nächste Saison wieder voll dabei, deswegen auch da wieder weiterhin alles Gute auf der Reise dahin, auch hier immer schön, und das ist ja verletzt, war trotzdem beim Training, alles im Blick gehabt, zugeschaut und so, auch das Team-Spirit, auch das Nähe und so weiter, ist ja geil, man ist verletzt, hat auch einfach irgendwo im Kraftraum bleiben können, zu Hause bleiben können, whatever, stellt sich an den Spielfeld dran, schaut zu und so, sehr, sehr geil auf jeden Fall, und vor allem weitergehend zu Personalien, Aufstellungen und so weiter, Prognose, natürlich ganz wichtig, haben viele schon gesehen, freut mich sehr, wie gut das angekommen ist, das Video, mit dem guten Jan-Niklas Köln-Vorbericht, mit ihm, auf meinem Kanal ein Video, bei ihm auf dem Kanal ein Video, auch hier wieder, beides verlinkt, im Sammellink, wie alles andere auch, was ich hier anspreche, wisst ihr ja Bescheid, sehr geile Gespräche mit ihm, entspannter Typ, einfach auch, wirklich guter Mann, genau, das gerne abchecken, gute Talks gewesen, natürlich einmal, Fokus auf den VfB, einmal Fokus auf Köln, kommen wir zur Pressekonferenz, wieder einiges zu besprechen, einige Thematiken, Janübel fällt nochmal aus, für das Spiel gegen Köln, die Hüftproblematik wird besser, aber er fällt nochmal aus, und die Hoffnung steigt, dass er Anfang nächster Woche wieder mehr machen kann, das heißt, vielleicht ist ja was für das Spiel gegen Wolfsburg drin, Anton hat Rückenprobleme und konnte heute zum ersten Mal diese Woche wieder leicht auf dem Trainingsplatz stehen, ich hoffe sehr, dass er morgen trainieren kann, wir müssen abwarten, also ist immer Stand von Donnerstag, eine PK ist ja, wenn das Spiel am Samstag ist, am Donnerstag, oder ich glaube auch, wenn das Spiel am Sonntag ist, meistens Donnerstag, dann vielleicht manchmal Freitag, Freitag aber meistens Donnerstag mittags eben, deswegen Stand von Donnerstag, muss man gucken, wie es jetzt aktuell heute aussieht, habe ich jetzt, kann ich es nicht mit reinnehmen noch ins Video, das klappt zeitlich nicht, aber da, natürlich ein bisschen Fragezeichen bei Anton, Fragezeichen auch bei Bredlo, hat etwas Schlechtes gegessen und konnte heute nicht trainieren, auch da musst du abwarten, wie es mit dem Training aussieht, vielleicht ist da sogar wirklich die Stunde geschlagen, dann eben für Dennis Simon, weil Nübel fällt weg, Bredlo fällt möglicherweise weg und dann ist der nächste Keeper Simon, wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, unser Riesentalent, was man ja auch hochziehen will, was man auch nicht in dem Sinne dann vertreiben sollte, glaube ich, wenn du ihn halt die nächsten Jahre gefühlt auch nie spielen lässt oder keine Spielpraxis gibst oder sowas und eben eine Nübel und sowas vor dir hast, deswegen würde ich ihm zutrauen, fände ich cool, wenn er es machen dürfte gegen Köln, kann sich aber genauso gut sein, dass auch ein Bredlo einfach wieder fit genug wird, ist ja in den meisten Fällen so, dass es eher ein bisschen viel Vorsicht und viel Vorwarnung ist auf Pressekonferenzen und am Ende des Tages dann doch die Spieler eher auf dem Platz stehen, selber auch hier hoffentlich, nämlich Mittelstadt hat heute das erste Mal diese Woche reduziert trainiert, wegen Adduktorenproblemen, wir müssen die Einheiten morgen abwarten, dazu kommen natürlich logischerweise Stenzel, Gelb-Rot gesperrt, Unterverletzt und natürlich die Langzeitverletzten mit Daxu und Nathai, zu Silas hat sich Hoeneß auch geäußert, er war richtig platt nach dem Afrika Cup, was auch absolut nachvollziehbar ist, hat es jetzt aber abgeschüttelt und hat eine erfrischende Trainingswoche, er ist ein Startelf-Kandidat, was erfreulich ist, Silas bringt uns Top-Speed und Tor-Gefahr, also das ist interessant für einen Aufstellungstipp, den wir dann jetzt auch mal so ein bisschen angehen können, ja, klar ist ja schon mal Unterfeld raus, das heißt, ich würde mal tippen, dass da am ehesten ein Mio wieder zurück reinrückt, dann eben, hinten musst du Stenzel ersetzen, da kann dann theoretisch ein Stergio reinrücken, da könnte aber genauso gut auch ein Roher reinrücken, der wohl wieder fit sein könnte, Wagner, man könnte reinrücken, viele Optionen, ich sage, wenn er fit genug ist, kann ich es mir vorstellen, dass er ein Roher direkt bringt vom Beginn an, aber mal gucken, die Frage ist halt da dann, Anton, Mittelstädt, was ist da, ist da wirklich Gefahr drin, sonst muss er ja wirklich ganz wild was basteln, wenn wir wirklich beide ausfallen, ich glaube es nicht, aber Worst Case Szenario, beide fallen da hinten aus, dann stellst du ein E2 auf links, dann bringst du eine Mitte in Ruho und dann kannst du, ja, Stergio noch bringen und Wagnummern, das wäre ja schon, schon ziemlich wilde Abwehr auf jeden Fall, ich glaube, dann würde er vielleicht auch vielleicht noch was umbauen, Dreierkette mäßig, keine Ahnung, Bredlow im Tor, muss halt gucken, ob der kann, sonst spielt er Simon, ist ja nicht so ein Riesending, vorne Gerasi gesetzt, Führig, Stiller, Karasur, eh, Frage ist dann halt, Thema ist ein Startelf-Kandidat mit Silas, kriegt der Leveling sogar da auf rechts verdrängt oder eben einen da vorne, ich glaube es tatsächlich trotzdem nicht, ich glaube Leveling startet nochmal, aber gut, kann auch Silas sein, dann kommt Leveling von der Bank, ich glaube, das kannst du bei beiden recht gut machen, beide entweder von Beginn an bringen, in anderen einwechseln oder eben umgekehrt, das so ein bisschen zum Thema Aufstellung logischerweise, auch Höhne ist wie immer gute Worte gefunden zum Gegner mit Köln, wieder eine Mannschaft, die unten steht, geht für sie im Abschiedskampf und Existenz, sie wollen alles tun, um die Klasse zu halten, wir haben Respekt vor diesem Spiel, aber ich habe auch Respekt vor der Mannschaft, die gut besetzt ist, wir sind gewarnt, sie haben Frankfurt verdient geschlagen, sagt er, wir müssen unser Bestes zeigen und auch besser sein, als noch vor einer Woche, wo wir 30 Minuten nicht gut waren und Glück hatten, dass es nicht gekippt ist, also er stimmt natürlich logischerweise zu, wir müssen hochkonzentriert und fokussiert sein, aber wir trauen es uns zu, die Kölner zu packen und das will ich hören, wir können zu Hause Wucht entfalten, trotz der aktuellen Ausfälle, die Mannschaft, die einen Start geht, wird in der Lage sein, den Gegner zu packen, absolut, aber nur, wenn wir eine gute Leistung zeigen und die Aufgabe zu 100% ernst nehmen und damit ist, glaube ich, wirklich wie immer alles perfekt auf den Punkt gebracht, ist ja wieder so ein, komme ich später noch dazu, gleich erst mal wieder ein paar Daten und Statistiken aus dem Podcast, aber dann immer noch in Prognose, komme ich natürlich auch noch zur eigenen Meinung zum Spiel, zur eigenen Prognose, aber das ist das dritte Spiel von derselben Art in Folge, ist ja logisch, wir kennen es ja noch aus dem Saisonauftakt, ist ja einfach eine Rückrunde gespiegelt, aber da das mit Mainz den Gegner, wo du wirst, das Bar wird eklig, eine der letzten drei Plätze, hast du irgendwie gewuppt bekommen, das Ding, Darmstadt, Bar wird eklig, an den letzten drei und dann auch noch auswärts, hast gewuppt bekommen, deswegen, wir haben es, glaube ich, dann damit, auch vom Spielverlauf her, auch mit der roten Karte und so Geschichte wie in Darmstadt, gegen Mainz war es natürlich nochmal ein Tacken souveräner oder ein Tacken ruhiger als in Darmstadt, sag ich mal, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind und es gezeigt haben, dass wir gegen Köln das Ding auch gewinnen können und auch tabellarisch und so weiter, brauchen wir auch nicht drüber reden, gehen wir da als Favorit rein, ist ja auch ganz, ganz klar, Patrick Ittrich wird das Ding pfeifen mit Dr. Felix Brüch am Bildschirm, dabei belaste ich es auch mal so der Schiedsrichterernennung und natürlich, was auch spannend wird, bevor ich jetzt gleich in die Daten reingehe und in meine Prognose, weil darauf können wir ja echt schon gucken mittlerweile, ist das Thema Tabelle, ist das Thema Champions League und so weiter, Champions League Plätze, das könnte sehr interessant werden, weil wir spielen es gegen Köln, ich sage einfach mal jetzt für uns Rechnung, wir gewinnen das Ding, wir gewinnen gegen Köln, das mal so für die Rechnung, ohne abgehoben zu sein oder irgendwas vorauszusetzen oder so, ihr wisst, wie ich da, wie ich da, wie vorsichtig ich da bin, aber wenn wir das gewinnen, ist danach ja Bayern-Leipzig und dann wird es spannend, weil wenn die Bayern das Ding gewinnen, dann sind die natürlich ein bisschen weiter weg von uns auf Platz 2 oder halten den Abstand, aber dafür haben wir dann mehr Abstand auf Leipzig, wenn Leipzig das Ding gewinnt, kommen die ja quasi schrittgleich mit und aber wir sind näher an den Bayern dran, an Platz 2, wenn Leipzig das Ding gewinnt, wir unser Ding gewinnen, auf einmal sind wir ein Punkt auf Platz 2 dran, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, der Spieltag, was der am Ende tabellarisch rauswirft, jetzt erstmal das Interessante, was statistisch und an Daten rausgeworfen wurde hier, auch hier wieder gerne Podcasts hören, auch da ist es mit drin, auch hier wieder nicht komplett alle Daten, und auch da wieder ein paar, ich sag mal exklusiv, wie auch immer, übertrieben gesagt, in Port Cannstatt, in Deutschland gab es bisher 53 Heimspiele gegen Köln, also Traditionsduell, ist ja auch klar, 27 Siege für den VfB, Elfremi 15 Mal verloren, letzten vier Heimspiele der VfB nicht verloren gegen Köln, gute Statistik, drei Siege, ein Unentschieden, aktuell ist das Duell von Platz 3 gegen 16, 30 Punkte Unterschied, 46 zu 16, gibt es hier, anders jetzt wie bei Mainz, anders wie bei Darmstadt, keine großen Schwankungen in den Expected Points, Köln sollte in der Tabelle der Expected Points, der zu erwartbaren Punkte, statistisch, in der Tabelle sollten sie zwei Punkte mehr haben, aber es hilft nicht, Köln ist ja gerade das 16. Trotz der zwei Punkte mehr, sind sie in der Expected Points Tabelle sogar auf dem letzten Platz, also macht das ganze Ding nicht besser bei Köln und bei uns bleibt es genau gleich, wir haben glaube ich einen Punkt mehr könnten wir noch haben, aber wir bleiben auch in der Tabelle auf Platz 3, Heimtabelle auch da nochmal, es wird alles natürlich jetzt ein bisschen klar aussehen, wir sind Dritter in der Heimtabelle, sieben Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, Köln aus der Tabelle Platz 15, das ist ein Sieg, der war in Darmstadt vor Ewigkeiten, zwei Remis und sechs Mal verloren, etwas besser sieht es aus in der Jahrestabelle, also auch in der Tabelle seitdem der neue Trainer da ist, der Schulz, da ist es Platz 4, also wir gegen Platz 11 Köln, also nicht 3 gegen 16, sondern immerhin 4 gegen 11, ist ein bisschen näher, auch klar, Gründe hat auch der Janiklas ja schon genannt, von Köln, vorne ab natürlich die Treffer, die haben 15 Mal getroffen, bisher in der Saison, 15 Mal, das sind weniger, drei Tore weniger, als Gerasi alleine bei uns getroffen hat, das ist natürlich auch ein Riesenproblem, wir treffen am drittmeisten in dem Vergleich, 51 Tore, die haben bisher nur in zwei Spielen, in den 21 Spielen, in den 22 Spielen, nur in zwei Partien mehr als ein Tor geschossen, also zwei Tore plus, das ist schon heftig, auch das entsprechend in der Chancenverwertung, Köln ja die schlechteste Chancenverwertung, 4,3 Prozent und wir sind da halt auf Platz 2, 11,8 Prozent, bei beiden Teams, muss ich sagen, fällt ein Stürmer aus den Top-Duos aus, bei uns ist das ja Undaf Gerasi, da fällt Undaf aus und bei Selke, bei Köln, Selke, so rum, ist glaube ich sogar der Top-Torschütze bei Köln mit irgendwie 4 oder 5 oder sowas, fällt bei denen auch auf jeden Fall aus, bei den Gegentouren, wie auch glaube ich bei Darmstadt und Mainz-mäßig sieht es ein bisschen besser aus, also auch bei denen war vor allem das Hauptproblem das Tore schießen, glaube ich, da kassieren sie ja klar trotzdem die 8 meisten, aber ist halt jetzt wenigstens nicht so ein Ding von wegen, wir schießen die wenigsten Tore oder kassieren die meisten, sondern eben nur die 8 meisten, so mittelfeldmäßig und wir kassieren die drittwenigsten Gegentore, Relegationsplatz also, Ex-Spieler gibt es beim VfB, also von Köln beim VfB, Nathai, Führig und Gerasi, bei Köln ist es nur Selke, der nicht mal spielt, aber der war kurz beim VfB in der Jugend und ja, ab mal in die Bundesliga-Vergleiche, in die Werte da, auch da wird es wieder recht klar, ist ja logisch, VfB auf Platz 3, Köln auf der 13 in der Passquote, im Ball besitzt der VfB auf Platz 4, 4 Plätze von den Kölnern, also im Ball besitzt echt gar nicht mal so verkehrt bei Köln, auch die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe, VfB ganz klar vorne, Platz 3 gegen Platz 9, insgesamt gewonnenen Kopffeldduelle sind meistens immer knapp dann trotzdem, Platz 11 VfB, Platz 9 Kölner, sogar leicht besser die Kölner, der Klassiker der Karten und ja, Fouls und so weiter darf auch nicht fehlen, Köln hier natürlich höher als wir, also im Sinne von mehr gemacht, VfB ist auf Platz 16 und auf dem letzten Platz in der Statistik, Köln ist auf Platz 8 und auf Platz 11 in der Statistik, Daten, um die es auf dem Abschiedskampf geht, habe ich schon mal so gesagt, nämlich bei Mainz und Darmstadt natürlich auch, die hat Köln ein bisschen mehr inne, als letzten Gegner würde ich mal sagen, Laufdistanz, Platz 12 gegen 5, also wie gesagt, pro Köln Platz 5, Sprints, 13 gegen 8, auch da Köln besser, intensive Läufe, VfB 14, Köln auf der 4, also da auf jeden Fall schon mal besser, darauf muss man achten am Samstag, aber auch hier logischerweise, wir gehen da ganz klar als Favoriten die Partie und auch das habe ich da mal noch mal rausgesucht, einfach, muss man mal zeigen, darzustellen, wie krass diese Entwicklung ist, letztes Jahr war das ja ein Duell quasi auf Augenhöhe, tabellarisch und so weiter, weil zum selben Zeitpunkt, selber Spieltag, letzte Saison wäre es die Partie 15 gegen 12 gewesen, wir Platz 15, Köln Platz 12, jetzt ist es Platz 3 gegen Platz 16, das ist schon richtig, richtig knackig, damit war es das mit den Polkantstadt-Daten oder den Daten für Polkantstadt, so rum, jetzt kommen wir natürlich dann noch abschließend zur Prognose, ist ja auch ganz klar, muss ja gucken, was da so für Spieler so auf der Kippe stehen, aber auch da musst du natürlich sagen, ey, mein Gott, also es ist, wir sollten gut genug sein, um Köln zu schlagen, wie gesagt, wir müssen, ich versuche hier auch immer ein bisschen zurückzuhalten noch, auch da kannst du dir das Wort Pflichtsieg in den Mund nehmen und kannst auch da wieder sagen, ey, wie ich auch schon ein bisschen angeteasert habe, du hast gegen Mainz gewonnen, hast gegen Darmstadt gewonnen, du kannst solche Gegner also auch Heimspiel sowieso, Heimspiel heim macht, vielleicht wirklich so ein bisschen euphorische Stimmung durch das DFL-Ding, durch das, dass das abgewehrt wurde, Köln bringt natürlich auch wieder geile Fans mit, also endlich mal wieder eine richtig geile Heimkulisse, glaube ich, von beiden Fanlagern, von dem her, vielleicht pushen wir uns fanmäßig sogar auch nochmal mit irgendwas Kleinem, so ein paar Bannern oder irgendeine Blockfahne oder irgendwas in der Form eben zu der Thematik, dass es keinen Investor gibt erstmal in der Bundesliga und deswegen das alles drumherum, die Mannschaft ist so, dass es so stark genug, auch da kann man wieder sagen, ey, auch selbst wenn uns Köln den Schneid abkauft, wenn die körperlich da sind, wenn die, wie Mainz auch, bei uns irgendwann ein Tor schießen oder auch Darmstadt auch noch ein Tor geschossen gegen uns, haben wir die Qualität, dann eben mehr Tore zu erzielen, auch ohne Undaff, defensiv, sind wir auch stark, auch da habe ich keine Angst, wenn Bredo spielt, keine Angst, wenn Simon spielt, defensive, gut, ich hoffe natürlich, dass Anton, Mittelstadt und so weiter natürlich fit werden, aber selbst wenn nicht, sind wir auch da, würde ich behaupten, breit genug und gut genug aufgestellt, um Gegner zu schlagen, wie Köln unten im Abstiegskampf, die du eben, der Rechner vorhin quasi, die Prognose, Saison zu Ende simuliert, wenn du wirklich auf Champions League Kurs bist, auf Platz 3 bist, fast auf Platz 2 Kurs vielleicht sogar, möglicherweise, wenn die Bayern eben patzen und wir gewinnen, dann sind das eben Spiele, die auch gewinnen mussten, wie gesagt, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht überdreht auf einmal, wir wissen alle, wo wir herkommen, deswegen bemühe ich das jedes Mal zu sagen, auch wenn es eh klar ist, aber ich sage es trotzdem jedes Mal nochmal dazu, aber gegen Köln ist das ein Ding, was du eigentlich heimfahren solltest und auch heimfahren können solltest, deswegen tippe ich da auf ein 3 zu 1, wie ich es auch schon in den beiden Videos getan habe mit dem guten Jan Niklas und zum Abschluss immer noch die Tipps, ich glaube, letzter Tippspieltag war ein Tacken schwächer von mir als die Wochen davor, gebe da ja auch gerade immer so ein bisschen Bericht noch mit dazu, wie es da gerade läuft, aber auf jeden Fall Top-Spiele tippen oder die großen Klubs tippen kann ich, habe bei Bayern auf Bochum getippt, hat funktioniert, bei Dortmund auf Unschied hat funktioniert, VfB-Sieg hat funktioniert, gehen wir die Dinger durch, Leverkusen gegen Mainz, tippe ich auf ein 3 zu 1 Heimsieg, ich sehe einfach nicht, dass irgendwer irgendwie Leverkusen noch groß in die Quere kommt, 3 zu 1 Heimsieg, auch trotz neuem Trainereffekt von Mainz, Union 1 zu 1 gegen Heidenheim, Gladbach ebenfalls 1 zu 1 gegen Bochum, Ergebnisse, die keinem von denen großartig weiterhelfen, Bremen 2 zu 0 gegen Darmstadt, die sind ja wieder ein bisschen back mit dem Sieg in Köln, VfB gegen Köln, wie gesagt 3 zu 1, Bayern das Abendspiel ist schwierig, weil jetzt natürlich die Geschichte mit Tuchel war, dass das Saisonende geht, manchmal entfacht das was, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass sich bei den Bayern groß was entfacht, andererseits Leipzig ist auch nicht überragend drauf gerade, aber in den letzten Jahren waren die stark in München tatsächlich, in den letzten Saison auch gewonnen dort, auch Supercup gewonnen dort und so Geschichten, deswegen bin ich mal auf den Mittelweg gegangen, es kann auch passieren, dass die auf einmal befreit aufspielen, die Bayern und sowas, irgendwie so jetzt erst rechtmäßig und so, jetzt spielen wir für den Trainer und sowas machen und die auf einmal wegklatschen, alles passiert, alles schon mal gesehen, Leipzig hat das schon mal gewonnen, deswegen bin ich aber ganz entspannt in den Mittelweg gegangen, 2 zu 2 mein Tipp, Frankfurt 1 zu 1 gegen Wolfsburg, auch das hilft beiden Mannschaften absolut nicht weiter, Dortmund 3 zu 1 gegen Hoffenheim und zum Abschluss noch Augsburg mit dem dreckigen, da, ich habe es halt schon getippt, gestern, vorgestern mäßig, habe mir auch geschworen, ich ändere keine Tipps mehr, das wäre vielleicht einer, den ich vielleicht noch ein bisschen umändern würde vielleicht, Freiburg vielleicht ein bisschen jetzt, ja, mit Aufwind nach diesem krassen Verlängerungssieg in der Europa League, bei Frankfurt natürlich absolut kein Auffind, deswegen sehe ich das 1 zu 1 da schon für wahrscheinlich an oder für realistisch an auf jeden Fall, macht in dem Conference League aus, aber ich bleibe trotzdem dabei, Augsburg ist eklig, zu Hause vor allem auch 1 zu 0 Augsburg gegen Freiburg und dann bleibt es nur noch wie immer zu sagen, ab in die Kommentare, lasst mir gerne eure Meinung da, Prognosen und so weiter und so fort, auch hier wie immer, alles verlinkt, habe ich glaube auch schon angesprochen, wie immer auch hier gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ist immer wichtig und richtig und schön für den Kanal, für die Entwicklung und so weiter und so fort, hier natürlich, danke fürs Zuschauen, viel mehr fürs Zuhören, auch ganz klar und bis zum nächsten Mal.